Herr Grimur, Helgason, ich freue mich Sie hier in Stuttgart zu treffen. Sie waren gestern Literatur aus Stuttgart. Sie stammen aus Reykjavik. Sie haben Kunstgewerbe in Reykjavik, München und New York studiert. Sie haben mehrere Ausstellungen gemacht. Sie sind Comiczeichner und bildender Künstler. Bislang haben Sie sechs Romane veröffentlicht, zwei Bühnenstücke und ein Gedichtband. Und unter anderem Reykjavik ist auch bei Klettkotter erschienen, 2002. Vom zweifelhaften Vergnügen, tot zu sein, mit so einem schönen Titel. Da sind Sie ein bisschen mit dem isländischen Literaturnobelpressträger Haldor Laksnes hergezogen. So ein bisschen durch den Kakao gezogen. Dann Rockland, da geht es in diesen Don Quixote mit einem finalen Ritt nach Reykjavik, der die Macht dort in Island übernehmen will. Das war auch schon so ein bisschen. Und dann zehn Tipps, das ist mit einem wunderschönen Titel. Zehn Tipps, ich muss da immer auf den Zettel gucken, weil ich es nicht behalten kann. Zehn Tipps, das Morden zu beenden, mit dem Abwasch zu beginnen. Der Roman wird dramatisiert werden und 2011 in Salzburg aufgeführt werden. Dann der Durchbruch kam also 1996 mit Reykjavik, das verfilmt wurde. Dafür haben Sie den Nordic Council Preis bekommen. 101 Reykjavik. 101 Reykjavik. 101 Reykjavik, ja. Und vom zweifelhaften Vergnügen, tot zu sein, hat er den isländischen Literaturpreis, den Literaturpreis der isländischen Buchhändler bekommen. So viel habe ich also schon herausgefunden. Jetzt ist Ihr Roman, eine Frau bei 1000 Grad, den Karl Ludwig Wetzig übersetzt hat, bei Tropen erschienen. Um was geht es in diesem Roman? Um was? Um was geht es in diesem Roman? In diesem Roman? Es geht um eine alte Frau, sie lebt in einer Garage in Reykjavik. Eine 80-jährige Frau und sie hat gar nichts in diesem Garage. Nur einen Laptop und eine alte Handgranate von dem Zweiten Weltkrieg. Eine deutsche Handgranate. So, sie präpariert sich für seinen Tod und für ihren Tod. Und als sie das macht, so erinnert sie sich auf sein Leben auch. Und wir lesen über seine. Es ist so eine seiner Biografie, ihre Biografie. Also die Frau heißt Herberg Maria Björnsson und sie sagen sehr viel über sie. Sie ist 1929 in Managata auf Isfah Yördor geboren und surft furchtbar viel durchs Internet, begleicht letzte Rechnungen und der Ofen für ihre Einäscherung läuft auch schon. So viel also präzise Informationen. Hat diese Oma ein präzises Vorbild? Ja, sie hat ein Vorbild. Es gab eine Frau in Island, die war die Enkelin von unserem ersten Präsidenten, Herr Björnsson. Und sein Sohn war auch in die deutsche Armee gegangen. Und hat mit der Hitlerarmee gekämpft im Krieg. Und das war der große Drama von unserer Heldin, dass sein Vater eine Nazi war. Und ja, es gibt Leute, die... Es gab eine Frau in Island, die jetzt gestorben ist. Aber ich... Und sie war so das Vorbild für meinen Charakter, kann ich sagen. Ja, aber ich verändere sein Leben ganz in eine große, in a very big way. Ich change her life. Und of course, ich change her name. Und ich try to ride the person away from the real one, just to be able to get some freedom. Aber es ist schwierig und es ist eine sensitive Sache in Island. Ich denke, ich bin ein bisschen Angst, wie die Familie dieses Buch nehmen wird. Auf dem Klappentext, auf der Rückseite des Buches steht, Helgason's neue Roman ist ein Parforsritt durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Anrührend und voller isländischer Skurrilität. Was ist isländische Skurrilität? Sie können das ja auf Englisch sagen. Ja, es ist sehr schwer für uns, zu beurteilen, was es speziell ist, wie man sagen würde, ist Icelandic Humor. Es ist... Wir tenden zu erzählen lustige Geschichte. Wir versuchen, zu machen Geschichte lustige Geschichte zu hören. So, es ist ein nationales Sport in Iceland, zu erzählen gute Geschichte und zu lassen die Leute entzündigen. von diesen Geschichten. So, ich komme aus dieser Tradition. Ich versuche, wenn ich meine Brüder meete, wenn ich meine Freunde meete, in einer Bar oder in einer Familie-Gathering, die Leute siten, und sie erzählen etwas, was in den letzten Monaten passiert, oder seitdem wir die letzte Mal treffen, und sie erzählen lustige Geschichten über die Leute. So, es ist eine Tradition. Und ich denke, es kommt aus den Sagas. Und die Sagas wurden, natürlich, über sehr strange Menschen, die vielleicht aus der Gesellschaft waren, wenn sie lebenslöser sind. So, wir haben diese Tradition von schreiben über Menschen, die nicht ganz normal sind, die ein bisschen in der leften Fülle der Gesellschaft. und ich denke, ich schreibe es in dieser Tradition. Hala Durm, Olafur und Magnus heißen ihre drei Söhne. Es kommen ja nicht so viele Personen drin vor, aber diese drei Söhne kommen drin vor, von denen nur noch der Jüngste sie besucht. Es gibt auch Streit in ihrer Familie, nicht? Ja, sie hat eine sehr schwierige Beziehung, mit ihren Kindern oder ihren Söhnen. Sie ist ein bisschen verrückt von ihnen und ihrer Familie. Und so, sie leben alleine in einem Garage. Und ich wirklich wollte, es war nicht so, in der Leben der realen Person, das war eine Vorbild für meinen Charakter. Aber ich wollte es ändern, und es unterliegen, wie terrible es ist, zu werden, zu werden und zu werden, 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 zu werden. Und es ist tragisch. Und es ist schade. Und sie ist ein bisschen wunderschön, aber, natürlich, sie hat sich selbst zu schade, weil sie nicht wirklich... Sie war eine Wichtung der Situation, sie war eine Wichtung der Geschichte, sie war eine Wichtung von ihrem Vater zu tun. Und, in a way, ihre Söhne sind Wichtungen von dem. So, das ist wie eine Reihe von schlechten Events. Und, natürlich, sie hat auch ihre Leben gegen ihre Söhne und ihre Söhne haben. Ja, weil sie die Problemen begannen, sie wollte, sie zu gehen in ein alten Menschen, weil sie wussten, dass sie nicht in einer alten Menschen aber sie wollte in ihrer eigenen Apartment, die sie hat. Aber sie wussten, dass sie dort bleiben. sie 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 verletzten sie sofort sie sie verletzten sie sie haben. Das war ein typischer Behandlung von 20 Jahren. Das Grie für Geld hat nicht Geld nicht in einer Bank Account sondern es für ihr gut und sie hat in einem garage. Sad Story. Ihre Oma ist ein bisschen Internetsüchtig. Sie lebt auch ein bisschen in Facebook. Ich mag ja Facebook eigentlich nicht. Sie hat sogar mehrere Profile in Facebook. Haben alte Leute in Island auch Facebook Profile? Ja, ich habe zwei oder drei Freunde, die 80-jährige Frauen sind. Ich habe viele Freunde auf Facebook. Ich benutze sie wie Menschen einen Blog oder so. Ich habe 5.000 Freunde und dann kann ich etwas sagen. Und dann ich kann es nicht in einem Papier sagen. Ich sage es einfach und dann die Leute wissen. Und so man kann ein bisschen kontrollieren was zu sagen über Sie und Ihre Bücher. Wenn ich auf Leerse kann ich sagen, ich bin in Stuttgart heute. Es ist praktisch. Facebook für meinen Charakter ist eher über Spaß. Es ist Spaß. Sie spielen mit Menschen. Sie pretend zu sein von anderen. Sie hat Spaß. und Spaß. Sie hat Das auf diesem Charakter, mit ich mit dem Telefon. war. Die Idee von diesem Buch kam vor meiner Ex-Win. Sie war ein Politiker. und sie war in eine election und sie hat mich an sie in Rekovic. Ich habe eine Frau in eine Frau in einer intelligent. Sie hatte connections all über der Welt. sie war im Internet. Sie war in Indonese. Ich fand, sie war faszinierend. Ich fand, sie war eine gute Idee für eine Novel. Sie sagte, sie war immer im Internet. Sie me die Unterschiede zwischen Yahoo. und Google. Ja, es ist eine bessere Maschine. Sie war sehr über die technologie. Ich fand, es war ein faszinierender von der alten Isländer. Sie auch auf Facebook. Ich habe eine Facebook für meinen fiktionalen Charakter. Herberg Maria. Ich habe nie gesehen. Island ist dieses Land Gastland auf der Buchmesse in Frankfurt. Ihr Buch kommt also genau zum richtigen Zeitpunkt. Was ist an Ihrem Buch so richtig isländisch? Was ist an Ihrem Buch so richtig isländisch? Ich denke, ich glaube, es ist ein schwerer Charakter von Herra. Diese kalt, aber lustig und sarkastisch Frau, alt Frau, eine eine alte Frau, eine eine Frau, eine eine Sie sind eine Geschichte. Sie ist eine Sie eine Kapitel 22, das ist die isländische Tradition des Schweigens. Aber 600.000 Wörter und mehr als 5 Millionen Wortformen. You see, I've read your book. Sie Isländer haben Sie aber sehr wohl was zu erzählen. Hat das auch was mit den Saga von früher und überhaupt mit der Tradition zu erzählen? Sie haben das vorhin gesagt, mit den Geschichten. Aber das spielte auch eine große Rolle in Ihrem Buch, nicht? Ja, es ist eine spezielle Sache über Iceland. Es ist die isländische Sprache. Es ist ein sehr altes und es hat nicht verändert. Es ist die alte nörse Sprache, die sprach überall in Skandinavien, sogar in Deutschland, 10.000 Jahre. Ja, es wurde total, totalen von Influenzen, weil wir keine Kontakte mit dem Outer Welt hatten. Es war eine Sprache, die in der Frisch für 1.000 Jahre, und es hat nicht verändert. Es ist eine sehr spezielle Sache, diese Sprache. Es ist wie wenn die Italien immer noch im Latein sprechen, oder so. Sie behaupten die Latein. Also, wir fühlen uns ein bisschen responsabler, um das Thema der Icelandic Sprache zu beschäftigen. Und wir müssen das leben. Und es fühlt sich immer größer, als es zu groß ist, für eine kleine Nation. Ich hatte das Gefühl, dass alle Icelander nur arbeiten um diese Sprache um zu die sagas, um die Sprache in die Sprache. Es ist so rich, und so groß. wie ich gesagt habe, in dem Buch, es ist viel größer, als die Menschen der Icelanden. Wir sind ein bisschen belastet, aber wir versuchen, das zu kämpfen. Und als junger Sie immer gegen die Sprache kämpfen. Sie wollen etwas ganz anderes machen, und ganz anderes machen. Aber es ist schwer, zu schreiben in Icelandic, und gegen die Sprache. Man muss es um es wie mit einer Polar-Bere. Es ist wirklich stark, und es ist da für 1000 Jahre. Man muss es verwendet und es akzeptiert. Und versuchen, zu schreiben, nicht gegen sie. Und wenn Sie das machen, dann sind Sie okay. Aber gleichzeitig müssen Sie denken, zu schreiben mit universalem Wert, nicht nur für Iceland. Es ist ein schwieriger Weg zu gehen. Sie müssen mit der Sprache und noch erzählen, die sind nicht nur über Iceland. Es gibt auch andere Themen in dem Buch. Geschichte haben wir schon besprochen. 42 und 44 sehr sehr sehr. Es gibt auch andere Themen in dem Buch. Geschichte haben wir schon besprochen. 42 und 44 diese Jahre spielen eine große Rolle. Ereignisse in Hamburg und so weiter. Aber es geht auch um Geld, Kapital und Wachstum in den letzten Jahren. Die Krise spielt auch eine Rolle. Wie wird das verarbeitet in dem Buch? Natürlich das Buch in 2009 ist kurz nach dem economic crash in Iceland. Es war natürlich nach dem Berlin nichts war in Deutschland. Es ist ein bisschen ähnlich nach der Krise. der Menschen nicht wie Menschen schreiben die Krise. Sie wissen, wissen, dass Sie sehen, dass Sie nach der Krise nach der Krise Sie hat das vor dem alten Wachstum Sie nicht verstehen das Geld und Materialistische Dinge. Sie ist allein in eine garage mit einem Computer und einer Handkernat. Sie keine Menschen. Sie ist wie ein monk oder eine nun. Oder wie ein Sie kann sich sich als Gott an an Menschen aus der Menschen aus der Gesellschaft und sie spielt wie ein Gott mit Menschen überall über der Welt Es geht aber auch um das Verhältnis von Männern und Frauen in Island. Aber auch nicht nur in Island. Simone de Beauvoir und Sartre waren dann aber dann doch kein so richtiges Vorbild, oder? Well, vielleicht sie waren aber für sie sie war nicht so wichtig, denn sie machte das etwas schneller als sie. Und sie machte von Simone de Beauvoir, denn Simone de Beauvoir war etwas mit Sartre so er sie verletzte aber sie konnte sie verletzten sie kritisiert nicht als Frau als war Sie Auffassung ihrer Oma die einmal sagt über Männer sind so unglaublich einfach gestrickt ich glaube wir sind einfacher als Frauen sind komplexe aber habe ich sehr viel Spaß zu schreiben über eine Frau und machen Menschen und es war Zeit, ich habe viele novel über Menschen machen und die sexuelle objekte und sie degradieren und nun war es Zeit für andere Dinge und so Herbig Mario hat Spaß für mich persönlich ich freue mich mehr als Mann ich denke wenn Männer sich zusammen zusammen entsteht eine Stupidee die entsteht weil wir alle mehr stupide werden wenn wir andere Menschen aber wir werden mehr intelligent wenn wir Frauen treffen Absatz lassen sie ihre Oma ihr Land und die Mitbewohner so wunderbar gar charakterisieren das muss ich ihn einmal zitieren seit 319 am allermeisten vermisse ich aber mein allerliebstes Volk diese Sammlung von verrückten am äußersten Rand des Weltmeeres ich sehne mich nach der Grobheit dem Fehlen von Förmlichkeiten im Umgang dem energiegeladenen Traufgängertum der Isländer nach all dieser Jugendlichkeit die man in diesem unverzogenen unerzogenen Land lebt das sich nicht besser zu benehmen weiß als seine Bewohner ich finde das richtig gut eigentlich ist ja dem kaum was hinzuzufügen zu Island oder? kann man noch mehr über die Isländer sagen ja aber ich denke das ist etwas das habe ich gefühlt ich habe Zeit übernommen und 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 wenn und aus entspannt versetzt und und die 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 dass sie nicht wissen, wie sie in der Gesellschaft leben. Wenn ein Eichelander sitzt, ist er so, wie das. Er nimmt drei Städte auf den Raum, und er geht nicht darum, dass es andere Menschen gibt, die diese Städte brauchen. Das ist individuell. Ja, individuell. Und wir haben viel Raum vor uns. Wir sind nicht trainiert, sondern wir sind in großen Städten mit einer Menge Menschen. Wir können als Menschen wirklich rutsig sein. Wenn du weg von Eichelander bist, dann bist du da, und du möchtest, um ein Weltbürger zu sein, wie ein wirklicher Mensch der Welt. Und du möchtest, wie es in einer politischen Weise ist, wie die großen Nationen. Aber dann, nachdem du ein paar Jahre in Deutschland, oder in Frankreich, oder in Amerika, dann wirst du davon getrennt, und du wirst damit zu denken, über die Informalität des Icelandischen Menschen. Du musst nicht immer in einer bestimmten Weise behalten, und du bist mehr frei, und die Leute gehen bei ihren ersten Namen, und sie sagen einfach, Hi, hi, wie geht's dir? Und es gibt keine wirklich strikte Regeln über Dinge. Was sie mir erzählen ist besser als jede Internetseite über Island. Ich habe richtig mal Lust, da mal hinzufahren. Was findet man von Ihrer Kunst? Sie sind ja auch Künstler, Zeichner, Maler. Was findet man da von Ihren Büchern wieder? Sind Sie mehr Künstler oder Autor? Mehr Autor, glaube ich. Ich war noch ein junger Mann, und lebte in New York, und dann achte ich, es war jemand, der stellte diese Frage, wenn jemand kommt, hier rein, in diesem Zimmer, mit einer Pistole in der Hand, und du musst, er setzt die Pistole an deinem Kopf, und sagt, du musst wählen, zwischen Malerei oder... Fouch-Wazir. Schreiben oder Zeichnen und Malen. Fouch-Wazir. Du musst immer eine Wahl treffen, nicht? Ja. Und ich habe beantwortet, geantwortet. Haben Sie dann aufgehört mit dem Malen? Zeichnen Sie mal noch, macht noch weiterhin Comics auch, nicht? Ja, ja. Aber in New York, so als junger Mann, habe ich gesagt, ich würde lieber schreiben, weil ich dachte, ich wusste, dass es eine größere Teil von mir wäre. Also, ich fühle mich besser, wenn ich schreibe. Aber ich habe trotzdem versucht, die andere Dinge zu tun. Aber ich denke, die Literatur ist mehr, es ist mehr kreativ, in einer Weise, weil jede Sprache muss eine neue Idee sein. Aber wenn du schreibst, du kannst, du kannst auf eine Idee, die du drei Wochen gemacht hast, und du wirst immer noch arbeiten, und du wirst immer noch arbeiten, und du wirst es richtig machen. Also, es ist mehr Arbeit, und mehr, aber Schreibung ist mehr wie ein Spiel. Haben Sie in der Kunst besondere Vorbilder? In der Kunst, ja. Wer denn so? Well, es gibt viele, vielleicht. Aber ich habe immer fasziniert von den Spanischen Schildern, wie Picasso, und insbesondere vielleicht Goya. und Velasquez, vielleicht der beste Schilder der ganzen Zeit. Ich habe mich verletzt, von seinen Schildern, und Goya. Und natürlich auch Picasso. Also, ich mag einen Schilder, der niemand weiß, von Balthus. Er war in Paris, aber er war von Polis. Und er schilderte, er schilderte, von Balthus. Er war sehr lange, und er schildert. Er schildert. Er schildert. Für wen haben Sie Frau bei Tausendgrad geschrieben? Stellen sich bestimmte Leser vor? Haben Sie eine Idee von Ihren Schildern? Ja, von Stuttgart. Die Menschen? Die Menschen von Stuttgart. Die Menschen von Stuttgart. Ja. Die Amerikaner sind so, die Briten sind so, die Francher sind so, die Italien sind so. Sie ist ziemlich gut. Sie ist nicht schildert, die Deutschen. die Deutschen, und sie sind so, vielleicht habe ich ein bisschen mit Deutschland in der Meinung. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich lebte in Paris für fünf Jahre, und weiß ich französisch, ich kann französisch sprechen. Aber ich habe keine mit ihrer Kultur und ich habe nicht sehr gut begonnen, ihre Mentalität. Und es so passiert, dass sie noch nie von meinen Büchern nur nur einen, und es war wirklich kein Erfolg in der Franz. und so, sie bekommen nicht meine Arbeit. Aber die Deutschen auch. Und so, vielleicht, weil ich ein bisschen Deutschland bin, mein großartiger Vater war Deutschland, von Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, ob er Dänisch oder Deutschland war. Und ich war ein junger Mann in Deutschland. Ich wurde beeinflusst von Handke, von Götter, und Hein war immer eine große Sache mit mir. Also, ich habe ein bisschen von Deutschland mit Deutschland. Und ich, wenn ich schreibe, ich mir auf einem stage, mit meinem Computer auf der table, in front von 500 Menschen. Der Theater ist packed. Und sie sind alle auf die nächste sentence. Ich weiß nicht, wo diese Menschen kommen. Ich weiß, dass sie auf die nächste sentence sind. Ich schreibe die nächste sentence gut sein, damit sie nicht schlafen. Ich schreibe für Menschen generell. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für das neue Buch. Eine Frau bei 1000 Grad erscheint in diesen Tagen bei Tropen. Vielen Dank. für das neue Buch. Ich wünsche Ihnen eine Frau Ich wünsche Ihnen